Neben mir steht Hauke Hain, der nach eigenen Angaben auf der Krabbenfischereimesse in Gretzsiel eine Sensation präsentieren wird. Ja, das ist richtig, ja. Um was genau handelt es sich dabei? Es handelt sich dabei um einen Krabbenpooler. Ach, und was ist das Sensationelle daran? Na, dass er Krabbenpoolt, ne? Wie funktioniert das genau? Ja, das geht so, passen Sie auf, hier. Man nimmt so eine Krabbe, ne, das hier in den Schwanz ab und aus dem Kopf raus, essen, fertig, ne? Das Problem ist nur, die Finger, die stinken danach so mal riechen. Nein, danke. Ja, ich will das auch nicht mehr und deshalb ist das jetzt ein Schloss. Deshalb haben Sie den Krabbenpooler erfunden. Das ist richtig, ja. Dürfen wir den mal sehen? Ja, sicher. Hier, der Hinrich, mein Freund, der ist das. Moin. Ihr Freund Hinrich ist der Krabbenpooler? Ja, das ist richtig. Vollautomatisch. Zwei Körper am Tag. Keine Betriebskosten. Warum macht er das? Naja, weil er dafür meine Schwester Hilka zur Frau kriegt. Ne, Hinrich? Jau. Nur, dass ich das richtig verstehe. Sie verkuppeln Ihre Schwestern, Ihren Freund Hinrich, wenn der Ihnen dafür die Krabbenpoolt. Und das nennen Sie dann einen vollautomatischen Krabbenpooler. Ja, das ist richtig. Und auf der Messe in Gretziel wollen Sie Ihren Freund Hinrich an die Kollegen vermieten? Nein, auf gar keinen Fall. Ich will Ihnen nur zeigen, wie das geht, ne, weil die haben ja selber noch ein paar Freunde, ne, und ich auch noch ein paar Schwestern. Warte, Hinrich. Jau. Hallo. Hauke Hein, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gar nicht viel, ne.